Nahrung zum Wachsen und die anderen brauchen Steine, 400 Steine, das heißt, 2 Stacks in 100, das heißt, das ganze Ding hier muss mal voll werden mit Steinen. So, und die stellen wir am besten auch wieder neu ein. Okay, mehrere Nekromanten. Ist toll, dass das Ding das verstecktes Nekromanten heißt und da sind dann 3 Stück drin. Sind wahrscheinlich Brüder. Now what? Okay, was übersehen wir hier? Achso, ein paar Goblin. Ein paar Goblinskelettchen. Hm, wo ist das andere Goblinskelett? Äh, 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 when will you calm down? There won't be any misses. Good choice. Aber nur eins, okay. Äh, 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 äh. Und der Nekromant hatte nix außer Geld. So, die brauchen jetzt das Schild von der Geisteraue. Ihr braucht grad nichts mehr. Ich glaube, ihr könnt auch nichts mehr kriegen gerade. Sehr viel Zeug. Let's find a better place to shoot from. And? We'll do it. Are we changing the location? Awaiting your orders. Just show us the target. Schützt mal den Elf, bitte. Show me the enemy. Oh, und ihr Heilung. Kill them all. When will you calm down? Wolfbeschwören, Schriftrolle, okay. So, Nahrung. Ich weiß grad nicht, wollten sie die Schriftrolle oder... Archery is our calling. Werden wir ersehen, ob sie die Schriftrolle oder das Schild wollten. Weil von hier wollen sie auf jeden Fall das Schild. Können wir grade dann so rumgehen. rumgehen, die beiden die Sachen hier machen. Gucken wir mal kurz. Das sind zwei Monsterhüllen hier. Also hier und das hier auch. Ach, das ist nur ein Sägewerk hier oben, was ich hier sehe. Hier ist Stepford, was wir als erstes platt machen sollen. Hier ist noch eine Höhle. Genau, und hier ist der Zauberer Turm. Ja. Und hier sind noch die zwei Wolfshöhlen, die wir machen können. Und von Stepford aus haben wir hier noch Untote. Also jede Menge. Da ist ein Lich-Turm, also ein Schreckensmagier-Turm. Eine Gruft mit Akkolyten und so. Ein Friedhof. Ah ja, und dann haben wir das hier noch. Und dann war's das auch schon. Und dann haben wir noch die Stadt. Und dann ist Finito hier. Gut. Was werden wir tun? At last. Are we going to fight or what? Hm. Irgendwie hat er aus Versehen das Holzschild von der Geisterauhe... At last. ... als das Holzschild von hier angesehen. Okay. Also das Holzschild, was wir aus dem Briganten-Lager geholt haben. Äh. Erstmal darüber wieder. Nach neuen Aufträgen Ausschau halten. Org-Lager, okay. Ah ja, jetzt brauchen die eine Schriftrolle von der Wolfsgrube. Hm. Das heißt, wir machen erstmal die Geisterauhe und die großen Monsterhöhlen hier. Dann die Wolfsgruben. Und dann... ...werden wir wahrscheinlich erstmal die Stadt niedermachen. Weiß ich nicht so recht. Will ich die Stadt dann gleich niedermachen? Also, Stepford ist eine Zweierstadt, die nicht gerade sonderlich gut verteidigt ist. Und Doomfort ist etwas besser verteidigt, ja. Ich weiß ja nicht, ob ich auch beide Städte kaputt machen muss, oder ob ich dann andere Sachen, Probleme und so kriege. Wenn ich die erste Stadt kaputt gemacht habe. Oder ob das dann da schon die Map war. Werden wir rausfinden. Werden wir rausfinden. Weil ich möchte schon gerne noch Erfahrungspunkte sammeln, um sie auszugeben. Und das Gute ist, Berserk ist weg. Also, wir kommen nicht in Versuchung, das aus Versehen zu benutzen und dann wieder zu stacken. So. Erstmal die Geisterhöhlen. Dann die Monsterhöhlen. Wolfsgruben. Wo auch immer hier hinlatscht. Huh? When will you calm down? You think that's his try? Good choice. So, holt schön und ein Gegengift. Huh? You think that's bad? Good choice. Me, me. Now what? So, sack mal das Gold noch ein. Ich wäre halt auch neugierig, was passiert, wenn wir zu nah an die Magier-Turm rangehen. Wow. Wenn will you calm down? Ich wäre halt auch neugierig. Okay, meine ganzen蘇 shooting. Ich bin... Ich bin... Du denkst du das schlecht? Das ist ein guter Weg. Ja. Was? Hm... Na, machen wir die große Monsterhöhle hier auch gleich tot. When will you calm down? Me? Us? You think that's bad? So, haut sie alle um. Good choice. Mhm. Okay, wir werden langsam etwas voll. Steine zu euch. Oh, ne, da könnt ihr mal... Das waren Holz... Ne, halt, äh, Aufträge. Mana-Trank... Und, äh... Mana-Trank und Holzschild. Okay, das heißt, der Haie-Trank, der kann getrunken werden. Us? Äh, op... You think that's bad? Noch ein Haie-Trank... Stein... Stein... Wir sind voll. Achso, Holz... Us? Und Stein. Hey, wir hätten die Steine, die wir bräuchten. You think that's bad? Us? And... Du bist leer, sammeln wir das ganze Holz ein. Und... So, die brauchen nichts Neues. Elfenlager braucht auch nichts. Euer Schirz auch nichts. Ork-Lager. Ah, da unten ist noch ne Wolfsgrube. Äh, dann hier ranzukommen könnte interessant werden. And... You think that's bad? Uh-huh. Yes? We are the true masters. So, euch schicke ich mal nach Agar zurück, dass ihr dort die Steine loswerdet. Wo ist mein Schamane jetzt? Kommt... Yes? It's important not to make a sound. Eyes right! Eyes right! Yes? So. Yoho! Der geht mal hier in die Nähe. Ihr geht mal in die Stadt. Ihr möchtet euch auch? So.